Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Ich bin Exus 19. Ich habe gerade irgendeines Gesäufe getrunken. Ich habe das Psychotrinisch erfahren. What the hell? Wir müssen ihr das zurückbringen, was verloren ist. Es ist einfach geil gemacht. What? Wer bist du? Dr. Earnhardt als jungen Schick. Wir müssen uns vorstellen. Es ist so geil. I'll take you bloody if you like. I'll have my meter here. This is something fucked up poor player. Huh? Was das für ein Psycho gewesen? Du bist so glücklich auf der Ende. Komm schon! End das! Oh wow. Du willst für mich arbeiten, kid. You have to follow my rules. Ist das jetzt gerade der Fall? Sind das Tipps, die wir hierher müssen? Vision wahrscheinlich, ja? Er ist gerade bei einem Vergewaltiger. Und der... Bei dem VAS. Und der bei irgendein Casino-Typ. Oder was weiss ich. Ein Glücksspieler, der ihn unten hat. Oder weiss ich. Nein, nein, nein. Ah! Wow! Das ist das Geilste, wo man kann Messer rein. Und das Schiff. Was passiert mit dem Schiff? Ich hoffe, ich kann das Messer mitnehmen. Ich hoffe, ich habe das jetzt. Let's go! Neues Tatao. Ich habe einen Freund. Und meine kleine Brüder, Riley. Und dann habe ich einen Mann in einem Schiff. Ich habe einen Schiff. Eine Bar. Es war schweig und schweig. Und ein Schiff. Und ein Schiff? Ja. Ein Schiff. Mit einem Schiff. Mit einem Schiff. Wie wusste du das? Du bist im Schiff? Da ist eine Schiff. Im Westen. Und ein Teil des Territory. Okay. Und das ist wo ich gehe. Oh, aber die Stadt ist großartig. Wie findest du eine Schiff? Es ist einfach. Ich werde mit dem Mann in weiß. Hast du gesehen, wie ich ein Tatao-Man geworden bin? Ich weiss ganz genau, was ich zu tun habe. Jetzt will ich langsam mal einen Warrior. Am Anfang noch Pussy. Beim ersten Mal das Messer nicht mitnehmen. Und jetzt... Tatao. Die Schadenseite der Stadt. Untersuchen, Bad Town. Und... Da hinten. Ja, es geht... Leute, ich kann auch jetzt schon sagen, es geht ein wenig, bis wir nicht hinkommen. Weil ich will... Da drüber gehen. Oder da. Das heisst, wir gehen da. Sie ist schon fast mal weg. Okay. Und dann gehen wir in den Osten. Ich will... Gern... Sicheres Gebiet haben. Auf dem Rückweg. Zumindest dann. Und da kann ich auch... wieder Munition auffüllen. Wow. Das ist ungefähr 150 Schuss. So. Fähigkeitspunkte erhalten. All righty then. Tod von unten. Ja gut, nein. Das brauche ich eigentlich nicht unbedingt, weil... Ich bin noch nicht so der Klettermeister. Ich bin immer der, der unendrücker. Also... Ja. Ja. Wissen Sie das ich meinen? Ich mag gerne. Das noch. Oh je. Das wäre gut. Nein, das will ich. Messeruhr. Was ist denn interessant? Oh, geil. Sam. Oh, zu hart, Leute. Zu hart. Ha? Too hart, man. Also... Next. Furcht. 26 neue Fähigkeiten sind freigeschalten worden im Menü. All righty. Was ist das Speicherkarte? Was ist das für eine Speicherkarte? Zurück auf Speicherkarte? Ja, einen Brief hab ich vorher gefunden. Einen Relikt hab ich auch vorher gefunden. Aha, aus dem zweiten Weltkrieg? Ok, der oben schmuck da. Voll los. Get cash! Get cash! Get cash! Get cash! Get cash! Get cash! Wo habe ich das Auto gesehen? Genau, hier unten richtig geil, das ist mit zu weit. Wir suchen uns eins auf dem Weg. Wir suchen uns eins auf dem Weg. Ich höre schon eins. Ah, ich rede oben. Was, wieso habe ich wieder so viele Beute? Das kann es doch nicht sein. Ah doch, schau, ich habe mega Dinge gesammelt. Dann müssen wir noch ein paar Sachen herstellen. Jagd. Ja, komm. Ah, nein, was habe ich? Ja, das ist gut. Mehr kann ich nicht. 5 auf 5, ja, schau nicht. Ah, Hundenfeld. Wir können gerade alles mögliche verbrauchen. Und dann gerade noch mehr. Erweiterte Farbe. Wow, dann können wir doch... Anstatt den Stein, nein, den Stein braucht man schon. Oder unter Wasser. Irgendwas... Komisches. Nochmal eins. Yeah. Okay. Gut, jetzt sollten wir wieder ein wenig Platz haben. Jetzt gehöre ich so drüber. Wow, die Tiere sind sich am Jagen. Jetzt gehöre ich so. Hier war's. Hier war's. Strasse. Geht das Auto echt? Wahrscheinlich schon eher, wenn es angezeigt wird. Ist das wirklich der einzige Funk durch? Ja, tatsächlich. Alles durch die Blindengebiete. Das mache ich recht ungern. Okay. Hey. Es könnte jetzt übel laufen. Oder durch das Blindengebiet. Ich versuche einfach auf der Strasse zu bleiben. Oder vielleicht gewinnt es. Ja, das hat die Wege gemacht. Shit. Das ist vollend. Das ist vollend. Nein. Das ist ein Wasser. Schnell weg. Das geht mal? Oh my. weiter. Oh. Mein. Ich versuche es nicht. Oh, ichекseı sehr. Es ist ein bisschen dabei. Ich werde es noch besser machen. Es ist ein bisschen damit. Auch mehr hier herbezogen. Ha ha, oh, evil egghead. Die Kugel. Gut, ist es hier, Birg? Ich weiss nicht, das wäre etwas Graus gewesen. Hier, Birg? Nein! Ich brauche es, ich brauche es. Ich weiss nicht für was, ich brauche es einfach. Ich bin da. So. Scheisse, gegen die Kugel. Nimm's! Und weg! Oh! Nein, hält mich. Heilt mich! Heil dich! Ich drücke doch immer die Kuh! Wahrscheinlich drücke ich zu früh die Kuh. Auf jeden Fall, wenn ich die Kuh drücke, dann bewegt er sich nie. Und ich drücke lange. So, wir sehen uns, wenn ich dort im Funkturm bin. Hilfe! Hilfe! Ich bin gerade von Casuar angegriffen worden. Jetzt sind wir noch drei da. Es waren noch sechs auf dem Feld. Und sie kommen langsam auf mich zu. Es ist so arsch, ihr. Vorher haben sie die Haarpiere gejagt. Ohne Scheisse. Voll gefährlich. Und der Funkturm ist eindeutig besser geschützt. Schaut das mal an. Es sind die jensten Autos am rauffahren. Ich glaube einen G-Paar habe ich vorher auch gesehen. Also zwei, die am Casuar jagen waren. Ich bin erst mit mir geblendet. Ich hätte sehr grosse zu spüren. Oh. Oh, ich könnte nicht nur als Sie dranbleiben. Oh. Ich habe heute hier noch als Sie dranbleiben. Soll ich das mal gar nicht einbeleidig sein? Geh mal hoch, weg von der Kasuara. Da komme ich eh nicht zur richtige Uhr leider. Es ist schade an diesem Spiel. Jetzt rutschst du nicht ganz runter. Lauf mal wieder bis zur Strasse. Vielleicht findet man noch einen Weg, aber ich glaube es nicht. Das ist ein bisschen schade, aber... Ah, doch. Ein bisschen abkürziger. Nein, doch nicht. Es ist so gefährlich. Oh, so Idioten. Oh, so Idioten. Gott sei Dank sind ihr so blöd. Okay. Okay. Gut. So, äh... Jetzt sollten sie mich damit weg. Ich meine, was schaut man an? Ich denke jetzt haben wir so. Das ist die letzte Stufe. Okay, stimmt. Perde. Schön. Okay. Wahrscheinlich sehen wir jetzt auch das Erste von Bad Town. Nein, 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 nein. Seid, das ist noch viel weiter entfernt. Was hat es da speziert? Oh nein, voll still. Aha. Okay. 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 Ich muss entscheiden, wenn wir da oben oder da oben nehmen. Also ich werde eigentlich nicht auf den Berg. Zuerst mal noch die Fähigkeiten verteilen. Auf was raus will ich denn eigentlich schlussendlich da? Dschungeläufer. Ah, das ist auch nicht schlecht. Sprint nachlassen. Ah nein, das haben wir immer noch nicht. Aber ich will den Booten Takedown. Weil, äh... Und was? Ich habe noch vier Punkte zur Verfügung. Ich Idiot. Sprint nachlassen will ich auch gerade, ja. Granatenbass. Krass. Verbessert die erste Hilfe nehmen wir doch auch noch, wenn wir schon können. Oh, noch weh. Energie. Wow, schau jetzt an. Okay, man sieht nicht so viel. Wahrscheinlich sind es eher die kleinen Sachen, die zu sehen. Zeig ich Ihnen, Herr Loh. Ich schufe mir auch die kleinen. Ich würde sagen, hier. Oh, wow, ist das steil. Schau mal, die Geschwindigkeit, die er müsste haben. So unlogisch. Okay. Wir sehen jetzt einiges von diesen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir den Rosthof im nächsten Portal rein. Und machen dort dann auch die Prüfung der Rakyat. Bis dann. Peace.